hallo und herzlich willkommen zu dieser news ausgabe diesmal wieder mit tourdaten mit veröffentlichungen und dem neuesten aus der welt des heavy metals diesmal mit dieser band am 2 oktober veröffentlichten die legendären italienischen heavy medler scala mercury zum jahrestag des endes der tausend expedition ihr neues video zu 1000 aus dem album independence das auf alpha omega veröffentlicht wurde das lied ist der ersten und schwierigsten schlacht gewidmet die am 15 mai 1860 stattfand und mit der die gesamte expedition begann um den süden der halbinsel von der bourbonisch österreichischen unterdrückung zu befreien hier besiegt 1089 garibaldi freiläge zusammen mit etwa 300 sizilianischen aufständischen zum ersten mal die bourbonische österreichische armee die sich um etwa 2000 besser ausgerusteten soldaten zusammensetzt die band erklärt wir möchten dieses lied allen sizilianern freiwilligen aus den verbleibenden regionen der halbinsel widmen die gemeinsam für den traum von einem freien und vereinen italien gekämpft haben und gestorben sind ein beispiel für einheit an das wir heute denken soll das album independence handelt vom ersten teil des italienischen resort gimento von neabels regentschaft unter könig murat bis zum massinis römischer republik die band wird die neue uniform tragen die von den einheiten von nord nach süd inspiriert ist in der obergenannten zeit seite an seite mit dem volk kämpft und mit harten opfern zum aufbau der indienischen nation beigetragen haben die band sagt über independence in diesem projekt geht es um einige ereignisse die für uns in der geschichte unseres landes von großer bedeutung sind weil sie uns daran erinnern wie wichtig es für ein volk das seit jahren von ausländischen mächten beherrscht wird war für ideale der einheit und freiheit zu kämpfen und auch daran dass es daran erinnert diese freiheit ist in jeder form niemals ein geschenk sondern muss immer gemeinsam erobert werden gestern wie heute das war es auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst ein abo da aktiviert die glocke liked oder kommentiert dieses video und ich würde sagen bis zum nächsten mal macht's gut